hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei 7 days to die in einer neuen aufnahme session und in einem neuen livestream und natürlich wieder mit dabei wie ihr sehen könnt ist der kenano hallo und der spotty ja wir sind zurück in 7 days to die oder buggy to die ja warum stehen wir am dach warum ist der himmel blutrot und warum haben wir das interface ausgeblendet fragen über fragen die erkläre ich mal von hier oben und zwar ihr fragt euch jetzt und warum kann der kitty nicht fliegen denkt ihr euch ja wir haben uns gedacht nachdem wir sämtliche fehler hatten wenn ich immer runter gehe ist die mauer nicht fertig der turm ist nicht fertig hinten das blumenbeet ist nach wie vor so wie es mal war bevor es eingestürzt war und alles andere ist auch so ein bisschen rum am baggen rum am spinnen und wir haben uns auch sowieso schon seit längern gedacht dass unser baufarben überdimensional groß ist dass die gebiete verpackt sind dass wir da nicht rumlaufen können die händer sind nicht da viele sachen die sich uns in den weg gestellt haben und die dauernd anhaltenden kreicher horden ist alles ein bisschen nervig gewesen und wir würden so die nächste wurde auch nicht mehr wirklich überstehen wenn wir ehrlich sind wir müssen halt noch mehr blades machen müssen die mit mehreren generatoren verbinden können wir nicht machen weil wir keine autos mehr haben weil wir nicht in die andere stadt kommen weil die verpackt ist händler haben wir auch nicht das heißt sie können keine generatoren oder geschütze kaufen das geht halt auch nicht und deswegen haben wir uns gedacht wir machen es folgendermaßen dass wir das hier so beenden diese staffel und wir haben aber noch ein anderes vorhaben denn wir haben vor soweit wir es verraten können wir wollen uns mal die gemoddete szene von seven days to die angucken da gibt es einige mods wie wir die verwirklichen werden das sehen wir noch und wann die kommen werden das das sehen wir auch das können wir so noch nicht sagen aber es gibt da einige schöne mods die spielbar sind auf random maps und diese wollen wir uns dann eventuell mal anschauen auch eventuell innerhalb der alpha 16 4 müssen wir mal gucken wie wir das hinkriegen wie schnell das möglich ist auf jeden fall haben wir davor etwas anderes umzusetzen auch etwas was nicht so überdemensional groß ist vielleicht so ein bisschen umherziehen in den mods dass wir ein bisschen umherwandern aber ändern können wir es jetzt nicht mehr jetzt kommt auch die tag 70 wurde genau pünktlich zum abschluss meiner rede und ihr könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben was ihr davon haltet wir sehen halt keinen sinn und zweck mehr es ist sehr buggy und wir müssen halt jetzt irgendwie damit leben und haben uns gedacht wir haben uns die schöne raketenwerfer besorgt haben uns gedacht dass wir noch ein bisschen action machen unsere basis an schutz und asche legen mit der tag 70 horde und euch daran teilhaben also wir kämpfen mit der tag 70 horde ich dachte gegen sie ja wie man sehen mag ich helfe auch gar nicht nach hier ist schon hier schon was ich muss ja hier unten da ein kotze laut nein aber ein bisschen quatsch muss war sein deshalb muss auch zu sagen ist einfach extrem viel schief einfach aufgegangen ja worauf wir keinen einfluss hatten und es sieht geil aus von oben sicher gestehen es sieht mega geil aus aber das ist gar nicht beurteilen ja aber es ist drei spieler alleine auf so ein server wo tausend kreiserinnen auch kommen und der ist alles buggy wir kommen nicht zu den objekten wo wir hin wollen und so weiter und so fort es ist einfach so mega nervig und deswegen haben wir uns auf den spektakulären schluss entschieden und indem wir erstmal die tag 70 horde überstehen da kommen bestimmt credits ja ja genau blenden wir dann persönlich ein richtig die sind nur spenden links von die ja spenden links von die lp genau 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 sind kronen stimmen und so was die kronen stimmen von der spon die deutsche versetzung von der spon die использゴire stein verlropfer》 steht immer nurpreis dann sieht man nur gleich wieder zu verstehen und b schauspieler extreme und killie publisher der spon die DRW schaut auch richtig d respectively b schauspieler der zweiten wahl klioni extreme alter der polizisten das ist das ist eine persönliche sache alle schaffen schaffen doch locker ist doch gar kein problem er sagt dass ich das ist doch gar nicht ich mache ja die kann ja gar nichts machen wir ein feuerwerk was haltet ihr davon ich mache euch nicht damit ihr seht wie die zombies sind und die zogen mit brennen sogar länger ist ja cool ja gut das ist ja natürlich jetzt dynamit stimmt die haben wir ja auch noch das ist ja immer noch kaputt von der dingens wurde ich brauche ich mal einen neuen ja meiner ist gleich kaputt ich warte dir einen ich hab mir gedacht wir schlagen friedliche türen von abflug an wir müssen uns genau dein ernst meine ich war das nicht das war der extreme was und ich schneide nicht einfach ab ich habe nicht auf die geschossen war eine bombe also ich muss sagen der garten ist echt stabil ist ein stabiler garten ja da kommt der kotzer kotzer in der hau sind ja gar kein problem ich helfe dir raketenwerfer bitte oh kili warte ich will so wie so ein kleiner bruder den keiner will ja genauso nervig hier kili 6 mehr alten und raketendüttel alter jetzt will ich nicht rollen alter ich hab doch halt noch 3 es ist mir leid hier extreme kili kriegt auch molotov wirklich hell wo sind jetzt die raketen das soll mal los ja die große rächs ist ja ziemlich stabil also guck mal wie lange wir allein schon mit dem raketenwerfer brauchen da rein zu kommen ja nur dass der raketenwerfer weniger schaden haben als jetzt ähm die zombies irgendwie Ja, Zerstörung! Ich glaub halt wirklich, dass es echt ist mit den Dynamit-Sternen. Nein, das ist Quatsch. Bring einfach mal das Tor, mal gucken, wie wir es hier zu Ende sind. Das Tor ist schon weg. Was ist denn jetzt nicht? Die sind doch schon drinnen, stellenweise. Ah ja, hier kommt's dann. Sponty? Ja? Ist das dein scheiß Ernst? Ich helfe dir doch nur! Wo sind die Zombies? Ach, kein Wunder, dass sie nicht hier rankommen. Ich muss hier die Blaze entfernen. Ach man, Sponty. Bitte, Kitty. Was denn? Kitty? Oh, Fuck. Kitty! Nein! Lauf, Kitty! Lauf, du Madel! Killy, Alter, actually, du bist so mies, so ne miese Ratte, vor allem auf den, der nicht viel wieder angezeigt ist. Ey, echt, Killy, echt, Killy, du, du sagst es. Alter, ich muss abhauen. Alter, ist das grad FPS-Lastdick, wenn du so schnell fliegst. Findest du? Ja, ich hab kein Raketen mehr. Was hast du nicht? Ja, Raketen. Wir sind alle beim Rucksack, keine Ahnung, oder ist... Nein, komm, 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 wir müssen jetzt mal zusammen kämpfen hier. Echt mal, das ist Killy, meine Chance. Echt? Hör auf, das scheiß Gebäude zu schießen. Oh, die Forge steht aber noch. Sinnlose Gewalt hier. Also ich möchte sagen, dass mein Hauptgebäude, ja, extrem stabil gebaut worden ist von mir. Oh, der Kotz hat mich getroffen. Alter, Fronzi. Ich hab nur ne Bewegung gesehen, ich dachte, das wär ein Zombie. Wo bist du, komm, Killy. Ich bring dir was, komm, Killy. Halt's Maul. Ich bring dir Raketen. Halt's Maul. Oh, willst du keine Raketen, Killy? Ich hab doch viel zu. Achso. Ach, aber ja, ey, hast du eine gute Idee. Ja, auf dem Schlaftag war ich spawnen, oder? Komm raus, du falscher Gott. Du bist schon dir gerade was. Du hast mich durchschaut. Du bist so ein Charlatan. Los, gib uns deine Tochter. Was? Was? Bitte. Alter, hat der Killy gerade auch umgeschossen? Nein, ich hab gar nicht. Dream, hast du das mitgekriegt? Der Killy hat auch umgeschossen. Warte, wenn ich ihn noch einmal umbringe, ist mir enttäuscht. Killy. Es reicht mir jetzt. Es reicht mir, Killy. Was passiert mir gerade? Also für die Zuschauer jetzt, das ist natürlich ein absolutes Rumtreuen und Waging. Das hat jetzt nichts mehr mit professionellen Gäften, denn wir machen ja einfach nur noch Faxen. Nee, das ist professionell. Also professionell war es noch freuen. So, der Torm in der Mitte muss umfallen. Ja. Die Stützen und die Sprengen. Ich bin dabei. Ich bin auch dabei. Los. Irgendwann muss er doch fallen. Das war Reizung. Ein für den Turm. Ein für Extreme. Ein für den Turm. Und weg ist der Extreme. Killy, bist du noch im Turm? Nein. Warum? Killy, geh mal in den Turm. Killy, geh doch mal in den Turm. Killy, sonst muss ich Krieg gegen dich führen. Alter, das macht sie. Killy, geh in den Turm. Geh in den Turm, Killy. Geh in den Turm. Ja, er rungsthaft. Nobz and dead. Echt? Ja. Killy, komm mal der. Hast du das gesehen? Ja, hab ich gesehen. Nein, hier sind meine Pilzen besorgt. Hab ich gesehen. Hallo, ich bin ja da. Hallo. Killy, bist du noch im Turm? Ja, gerade. Gib mir mal Raketen, Swanty. Dann bleib ich hier. Ja, warte, ich gib mir welche. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Oh, das ist ja eine miese Ratte. Das ist ja eine miese Ratte. Rache. Das ist ja eine miese Ratte. Das ist ja, also ich werde, also Extreme können wir zu ihm um den Pfeiler, ich tue mich um Killy. Nein. Oh, scheiße. Oh, verdammt. Oh, ich bin tot. Ich werde sein Bett wegsprengen. Oh, nee, sein Bett muss da bleiben. Ja, sehr schön. Hast du bemerkt, Killy, ja? Oh, die Schlafsäcke sind weg, ne? Ja, den Sprung habe ich geschafft, ne? Killy ist nur ein Langweiler, ja. Ich bin gespannt, wo ich sporene. Ist dein Bett weg? Oh, ich habe ein Auto gefunden. Was? Wo bin ich? Alter, Killy, du bist am Arsch der Welt. Auch wenn nicht. Killy, du bist richtig am Arsch der Welt, alter. Der hätte ich jetzt gelootet, alter. Also irgendwie, äh, ja. Ich flieg mal kurz zum Killy und bring ihn um. Ach so, ne, bringt er ja. Bringt er ja nichts. Das stimmt, bringt er ja nichts. Bringt er nach Akreten. Also du kommst ja nicht zu uns. Nein. Du bist mega weit weg. Ja, fix doch nicht. Wie machst du denn das, Killy? Ja, was, das stellst du mal in Bett? Warum bist du nicht einfach im Turm geblieben, wie abgesprochen? Ja, komm, ich bringe Killybüschen Raketen, damit er am Ende der Folge noch ein bisschen, äh, Aufregung machen kann. Und, und Kaffee bitte. Und ich durch. Schau mal, ich kann das nochmal versuchen hier, äh, äh, CM. Bei mir steht jetzt, dass ich angeblich sein, äh, äh, achso, ich kann nur mein eigenes auch machen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das für andere einstellt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich muss schon sagen, die Staffel hat doch schon Spaß gemacht, bis wir jetzt nachher übertrieben haben. Also ich muss leider gestehen, dass diese Staffel mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Allein wegen dieser ganzen extremen Anzahl von Bugs, die wir da hatten und Fehler jetzt mit den Händlern etc., Das war schon, oder ist schon sehr nervig gewesen. Aber Xtreme, du wartest mit dem Fromm bitte noch, ob ich nicht bis ich da bin. Ja, ich locker nur schon mal ein bisschen. Warte, hinter mir sind Zombies wieder zu beten. Alter, Xtreme, äh, Killy, ich bin nur nicht meine Nüge von dir. Ja, boah, vielleicht. Hey, ich habe noch ein Auto gefunden. Läufst du noch in meine Richtung oder läufst du weiter von mir weg? Nein, ich laufe in deine Richtung. Mhm. Boah, das sind wahrscheinlich keine gute Ideen, aber... Boah, Killy! Wow. Ja, so sprengt man sich selbst in die Luft, liebe Kinder. Ja, Xtreme ist gar nicht mal so schlau, wie man dachte. Bitte. Unter dir ist Gotti. Wo ist er denn? Wow, es ist Tag. Na, verrein, Zombie. Und ich habe keinen Schlafsack mehr. Nein. Ja, Killy, ich rette Killy. Ich weiß, wie du dich jetzt fühlst, Killy. Ja, du kannst fliegen, hat dein Maul. Killy. Ach, Killy. Ich kann doch nicht fliegen. Killy, 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 Killy und Killy. Viel Glück, Killy. Ey, das reizt so gerade eine Rakete zu schießen. Es ist zu beleid. Du Idiot. Hast du Killy doch mal nach Hause kommen? Killy, ich bring dir auch deine Raketen mit. Der arme Killy. Wo ist überhaupt unser Zuhause? Killy, ich bring dir deine Raketen mit, versprochen. Ich bring sie dir mit. Hä? Killy, wo bist du denn? Killy. Ach, da hinten muss ich fliegen. Killy, es hat so gereizt, Killy. Du musst mich da auch mal verstehen. Oh, Killy. Tut mir schwum, bitte. Es tut mir schwum. Bist du noch weiter weg? Wie gesagt, wir wollten noch nach Hause, ne? Ja, ich komme ja gleich. Ich komme. Killy? Ja, die Straße. Killy. Komm mal hier, Killy. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Wollen wir noch mal einen neuen Raketenwerfer? Ja, warte mal einen Moment. Hatt auf, Killy, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Okay, der Kili kriegt keinen neuen Raketenwerfer. Du standest halt unter dem Zorbi, du beleid. Der Kili kriegt keinen Raketenwerfer. Der Kili kriegt keinen Raketenwerfer mehr, der kann seine Raketen werfen. Ich bin in der fucking Wüste, Alter. Ja, du kannst liegen, sei ruhig. Ey, wie soll ich das denn machen? Erstmal stellen wir mal kurz die Raketen und Raketenwerfer craften, weißt du? Oh, war das schwer. So, ich flieg mal zum X-Stream. Der Kili hat mich geärgert, ich mag ihn nicht mehr. Ja, ich bin jetzt wieder bei der Base. Also wir werden auch die Folge mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas Überlänge haben, dadurch, dass der Kili sich einfach nicht am Absprachen gehalten hat. Ist natürlich ein bisschen schwierig dadurch jetzt geworden, muss man sagen. Natürlich. Und der jetzt... Nee, ernsthaft, beleg ich es gerade durch den durchgebackten Biegen um? Okay. Ist alles so rot bei mir? Was genau passiert hier? Warum ist das alles so rot bei mir? Oh, ist das noch ewig. Ist das ein Sandsturm? Sieht so merkwürdig aus. Wer vor euch beiden ist eigentlich wer? Wer ist eigentlich... Ach, okay. Das bin ich schon mal richtig. Boah, bin ich weit weg. Das schaffe ich ja nie, Kili. Ich glaube, ich bin gerade durch den Sandsturm geflogen. Also wir werden heute keine Freunde mehr sparen. Das sah ja cool aus. War ja krass. Also ich bin echt schon froh, dass ich fliegen konnte. Also wenn ich fliegen kann, der wird verpasst, muss ich ja gestehen. Der braucht sich das Spiel auch nicht mehr spielen. Oh, ein Hirsch. Oh, Kili. Kannst du gleich zerlegen, aufschneiden und Knochen mitbringen. Die haben übersprachen können. Mit Raketen lässt sich leider so schlecht... Wie das aussieht. ...prä auseinandernehmen. Doch, Kili. So, ich bin gleich bei dir, Kili. Äh, Extreme. Ja. Dann bleibt mal was am Testen. Wenn man sich selbst in den Luft fliegen kann. Oh, oh, das funktioniert. Jo, es funktioniert. Was funktioniert? Ich kriege auf jeden Fall unsere Bands gleich schneller und kleiner. Oh, Alter, es ist am Längen. Oh, oh, oh. Kettenreaktion. Nein, hast du dich kaputt gemacht. Nee, das habe ich nicht kaputt gemacht. Aber ist anders. Und da ist noch so ein fetter Pferd vor mir. Sponty? Ja? Lass das sein. Bring mal Kaffee vor Bande. Wieso? Ich schieße hier auf die Flächen hier. Nee, ich will den Tor mit zum Fall bringen. Ja, ich bringe ihn, weil ich zum Fall. Ich kriege das ganz schnell hin, aber erst wenn der Kili da ist. Aber lass mal Sponty, hör mal bitte auf. Ich zeige dir mal, was auch schnell funktioniert. Nein, das ist ein Geier. Wo bist du denn? Nee, das ist falsch. Warte. Warte, 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 warte. Soll ich mir mal Kaffee, ich kann nicht mal laufen? Nein. Das hier scheint auch sehr gut zu funktionieren. Wo bist du denn? Warte. Was? Was? Alter, was? Alter, was? Die Matrix, Alter. Lego World. Wie hast du das denn gemacht? Ja. Trick, äh, 29. Gibt es irgendwelche Bomben, die du setzen kannst? Kaffee. TNT, ja. Ach, TNT, TNT. Kannst du den Kili mal Kaffee bringen? Nein, das machst du lieber durch. Dann bring ich den wieder auf. Nein, mach das mal, dann mach ich hier überall in der Mauer schon mal platziere ich schon mal überall was. Ohne, dass da jemand gegen schießt. Bis ihr dann... Kili, 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 ich habe auch eine ungeladene Armbrustnahme. Ich habe Essen in der Hand. Ich bereite schon mal alles. Das ist bei dir auch eine gefährliche Waffe. Ja. Essen besteht nämlich aus allem Material. Oh, ihr habt's ja fast geschafft. Krieg auch erstmal einen Kaffee. Fast geschafft. Oh, ein Hirsch. Äh, Kili, du weißt schon, dass du noch sehr weit weg bist, oder? Also, drei Viertel habe ich schon geschafft. Ein Viertel von drei Viertel. Wie gesagt, ich bereite schon mal alles vor. Also, ich brauche auch neun Raketenwerber. Es regnet, es regnet, die Erde, sie brennt. Ja, hör auf TNT zu werfen. Ist kein TNT, nur ne Bombe. Kili, ich habe auf dich gewartet. Sehe und schaue, was ich in meiner Hand halte, Kili. Oh, der Talking, ne? Der Graal-Kaffee. Terry, Sherry, Kili. Und einen Raketenwerfer bedürfen. Kili, du hast eine Mission. Nimm mir diesen Raketenwerfer und diesen Kaffee und begebe dich zu der alten Basis. Deine Fähigkeiten zur Zerstörung werden gebraucht, Kili. Warum sind wir nicht mehr auf Stufe 400? Wir warten auf die... Alter, sieh zu, dass du loskommst, Alter! So, ich werde den Kili mal begleiten, weil sonst sterbt er auf dem Weg. Vielleicht wäre es sinnvoll, dass du einen Schlafsack setzt, Kili, damit du nicht nochmal aufnimmst. Sonst hast du auch was über den Schießt. Crafted ja schon mal einen, geht ja relativ schnell. So, Kili. Siehst du, ich helfe dir. Siehst du, was für ein gutes Team wir sind, wenn wir ein Team sind? Ich brauche Holz und Fiber, kein Bock jetzt. Dann, Sponti, los jetzt. Sponti, gib ihm einfach mal einen Schlafsack. Pass auf, Kili. Kili, Kili, ich werfe dir was runter. Kili, pass mal auf. Kili, ich werfe dir was runter. Hier. Fang, Kili. Wenn ihr zurückkommt, auf gar keinen Fall auf die Base schießen, weil sonst verpasst ihr den besten Augenblick einfach. Ich habe hier alles vermint. Oh, geil, 500 Schlafsäcke. So, irgendwie mal was gutes, Kili, oder? Ach, guck mal, Kili. Ach, komm, ich bin da nicht so. Guck mal, hier. Guck mal, Kili, ich komme mit dir. Guck mal, ein Pfad aus Schlafsäcken. Oh, warte, ich brauche mal was zu trinken. Ähm, warte, ich crafte mal kurz, äh, goldenen Tee. Warum craftest du? Du ziehst jetzt einfach raus. Was? Du musst dir so, als wenn du was da machen würdest dafür. Hallo, weißt du, wie anstrengend das ist? Weißt du, wie anstrengend das ist? Mega anstrengend. Also, wie gesagt, hör nochmal an die Zuschauer, das hier ist absolut nur eine Fun-Folge. Das ist hier überhaupt nicht, äh, das ist nicht unser Gameplay. Wir spielen sonst überhaupt nicht im Cheat-Modus und ich bin auch voll und ganz dagegen. Also, definitiv mit Fliegen und Sachen herbei cheaten. Ihr wisst das ja selbst, ihr habt das immer in den Folgen gesehen. Wir besorgen uns so alles selbst. Ach, hier, guck mal, hier sind Schlafsäcke. Mal schnell weggemacht hier, also, keine Spuren hinterlassen. So. Ach, wir haben unsere Spuren vernichtet. Ich bin dein Schutzengel. Ja, also, wir müssen sagen, Cheaten tun wir ja eigentlich nur mal abseits der Aufnahme. Genau, ja, klar. Nee, also. Wollen wir mal, was Wonte heißt? Nee, nee, man muss ja sagen, ich habe auch nicht gesheetet. Ich habe ja nur währenddessen gearbeitet. Das ist ein Unterschied. Hier, unsere alte Base, wisst ihr noch? Also, ist gar nicht unsere alte Base, wisst ihr nicht mehr? Hä? Wo ist denn unsere Base? Hä? Ach, da drüben. Ach, Kili muss über die Brücke gehen. Hast du ein Boot craften? Nein, kann ich nicht. Kili, du musst über die Brücke. Ach, nö. Kili. Über die Brücke jetzt. Ja, Sponty. So, ich glaube, dass... Ja. Fällt ganz gut. Warte, ich habe die... Nee, der Kackstreifen muss da in Höhe. Kili, hier. Wo ich bin, Kili. Bist du in der Nähe, Kili? Kommst du her? Oder schwimmst du rüber? Ich bin gerade am Schwimmen. Wieso bist du nicht auf dem Land gelaufen? Weil da ein Kackstreifen ist. Oh Mann, jetzt habe ich die Brücke ja umsonst voller TNT gemacht. Ja. Das war mir schon klar. Yeah! Die Matrix! Ja, also zu Hause, würde ich mal sagen, ist alles vorbereitet. Jetzt fehlt nur noch ihr. Ja, komm gleich. Okay, du musst nur irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Schaffst du es irgendwie wieder in den Tor rein? Ich glaube nicht. Wir können doch Woodframes hinstehen. Ja, aber auf Woodframes dann gehe ich wieder rein. Frag stream. Mach ja schon mal Woodframes. Ich schieße mal auf die Base. Nein, bloß nicht. Es fliegt alles in die Luft, wenn du einmal nur schießt. Sponty. Ich habe nicht geschossen. Ja, wenn ihr das Spektakel sehen wollt, dann lasst es jetzt auf. Kili, 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 Kili. Alter, mach halt den Kackstreifen kaputt, dass ich noch länger brauche. Ich seid solche Troys. Warte, Kili, ich mache dir erstmal jetzt einen Zugang. Kili, jetzt geh. Ist das ein Screed? Ja. So, wohin soll ich schließen? Alter, Kili, das wagst du nicht, Kili. Komm, her, erstmal Schlafsäcke hin. Warte mal. Kinder, Kinder, bitte ruhig. Warte, ich lasse meine Schlafsäcke hin. Er hat ein paar zur Sicherheit. Oh ja, klar. Keine Woodframes, aber hier starke Rüstpässe. Oh Gott, das reicht doch nicht mal aus. Es verlockt mich ja drauf zu schießen gerade, ja? Ja. Oh fuck. Wow. Wow. Oh, extreme, es ist so doof. Extreme, es ist so doof. Warte, warte, Kili, Kili. Ja. So. Kili, es ist nicht sicher. Warte, warte, warte. Jetzt musst du nur irgendwie da hinten rum kommst du. Jetzt musst du nur noch einen Zugang hier zu haben. Moment, ist das heile? Ja, gut, die Turm ist noch heile. So. Toll. Kommst du da hin? Nö. Hallo, Kili, stell dich doch jetzt mal nicht an. Sprich noch rüber. Wieso kommst du da nicht hin? Not. Alter, was? Oh, Kili. Kili, du bist so selten doof. Ja, aber gut, Kili, du hast die Falle ausgelöst. Jetzt wurde die Falle auch repariert. So, ich hab das repariert. Du kommst da jetzt rüber. Das sah aus, wie du versucht hast, zu springen. Erscheine auf dem Bett. Ja, welches Bett? Kili. Ja, warte, geht mal, Raketen. Ich mach der Weltfeuerautomaten. Warte, 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 warte. Oh, jetzt brenne ich. Weil du doof bist. Was? So, können wir jetzt langsam mal in die Mitte des Haus gehen? Wir sind schon mal zehn Minuten überlegen. Könntest du bitte mit deinem Feuer weiter weg vom Gefäuse sein? So, Kili, können sich mal ein bisschen beeilen jetzt beim Klettern, das wär nett. Komm. Genau, wir sind schon bei 30 Minuten. Also, wer jetzt noch zuguckt, der hat echt Nerven aus Stahl, also. Alter, ich will gar nicht die Frame-Ausbrüche gleich sehen, ja? Also, die Einbrüche. Oh, der Extreme Bock hat einen Raketenwerfer mehr. Ja, also, gleich wird hier alles eskalieren. Vollkopf, aber eigentlich könntest du das auch sehen, ne? Ja, wir gehen ja alle hoch. Wir gehen alle hier hoch. Das Mittelstück ist so nicht, nein. Na klar, die beiden fliegt weg. Nein, das Mittelstück ist ja noch gar nicht vermieden. Alles andere in der Waste ist vermieden. Nur das Mittelstück nicht. Da, da, da. So, ich stehe oben bereit. Ja. Da, 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 da. Okay. Ganz oben, oder was? Ja, kommst du überhaupt hoch? Ich bin jetzt bei den Porches. Warte. Du musst noch einen höher, Kili. So, ich bin oben. I have a dream. I have a dream. Aber ich habe die Ehre zu schießen. Wo hast du denn überall TNT hingesetzt? Guck mal, das ist nochmal ein Rucksack-Spond hier auf der Mauer. Überall. Also, es ist überall unten an der Mauer, überall TNT, wie ihr es sehen könnt. Ah ja, ich sehe es. Es ist komplett auch bis in den Eingangsbereich, überall auch in dem Tor hier drin. Wir schießen alle auf drei. Okay? Warte, dann lass uns doch alle... Jede eine Ecke. Spondy, du musst auch stehen, nicht fliegen. Wieso denn? Ich habe Angst. Stell dich hin. Uns wird nichts passieren hier oben. Jede eine Ecke. Behauptest du? Spondy, geh weg. Jede eine Ecke. So. Oh, warte mal, warte mal kurz. Ich muss kurz was essen. Jede in eine Ecke oder alle zusammen in eine Ecke? Ach, wie ihr wollt. Einfach bei drei, zwei, eins dann, ja? Ja, warte, warte, warte. Bist du soweit? Ich bin soweit. Dann geht es los in drei, zwei, eins. Oh, 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 oh. Leck, leck einbüßen, Alter. Leck, 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 es ist leck. Alter, guck dir das an, ihr fliegt alle. Alter, guck mal, wie schön das ist. Alter, das sieht aus wie Lego World, Alter. Ich habe die neue Bauplätze rum. Bitte was? Die Welt wird gerade generiert. Lego Days to Die, Alter. Ist das krass. Todes, leck, das Todes. Alter, 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 gut. Das ist wie die Matrix, einen einzelnen block berühren wird momentan generiert bitte warten irgendwas stimmt nicht ich generiere weiter wird man besser aufzuschießen lassen wir besser einfach das den dingen hier lauf besser konnte hinter dich es ist so episch ja hinter mir was ich habe die welt erschaffen ja oder hier mal hier richtung altes haus ja im süden ist ja krass es ist noch im gange es leckte es geht gleich weiter oder denn es ende was genau passiert jetzt hier das war ehrlich gesagt nicht so episch wie du versprochen das ist noch nicht vorbei das ist noch nicht vorbei es geht jetzt das los es geht ihr ja doch ja ich sehe nichts alles zusammen jetzt der turm mal gucken ob die fortschüsse überleben wie viel arbeit das war wie viel arbeit das war der turm auch wie gemein wie fies konnte er auf zu fliegen also extrem ist auch geflogen ja um zu gucken was da los ist aber es ging ja jetzt eigentlich noch was hier 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 fällt auch und hier der turm ist auch jetzt weg na exil war das nicht weil man nicht schießen nicht schießen auf den turm nicht schießen ich guck mal wie kann die mauer dann stehen ach weil sie auf der erde steht natürlich warte mal warte mal warte mal nicht auf den turm würde schießen ja ich mache auch kurz was er haut noch ein bisschen der mit rein kam so warte 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 ich guck mal auf den toren welchen hier der in nord-oßen wie sind eine fontäne ich sollte da weg gehen oder wo ja also schon tnt gesetzt ja ja alles klar das sieht so ein bisschen aus kennt ihr das cola mentors experiment ja ich mache den anderen turm jetzt ich bereich ihm vor was zur hölle warte 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 heute kann es regnen stürmen oder schneien heute fliegt beton wirklich meilenweit ich bade in beton das sieht so freunde ich werde jetzt ich werde jetzt den haupt den hat den haupt von manipulieren und da ich den aufgebaut habe es ist mein schuss aber wenn so machen dass wir auch darauf stehen und somit das dann beenden nein was machst du ich bereite sagen ja wir kommen dann hoch bitte vielleicht gar nicht mehr schießen das wird jetzt echt ein bisschen heikel weil ich meine ich wusste dazu sind nur machen dass wir von oben auch das treffen können ich habe auch schon idee wie ich baue die zähne schnur ich baue die zähne schnur guck mal ich habe auch eine zähne schnur guck mal ja ich auch einmal hier in der wand hoch so ähm ok 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 seid ihr bereit zu sterben ja tu es Freunde es war mir eine ehre für euch zu dienen Kili kommt nicht zu uns an diesen epischen Augenblick in den epischen in allen Augenblicken es war so schön meine lieben Freude schaut noch einmal diese Base an Salutschlüssel und still gestanden jawoll in den Himmel und Feuer Schuss so genug der Ehre jetzt so müssen wir unseren Landstrich ehren wo müssen wir hinschießen 3 2 URL 1 oh 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 wenn ich sterbe ich mit euch halt Grizz oh Gott die Zeit fällt an oh oh ich habe Angst die Zeit steht still ich guck mal in der Mitte ich will wissen was in der Mitte passiert Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Wir werden alle sterben! Godzilla, was? Wir werden alle sterben! War's das? Nein! Extreme! Extreme! Halt mich fest! Halt mich fest, extreme! Oh, links geht schon was runter. Halt meine Hand! Nein! Indie, warte! Indie, warte! Indie, warte! Indie, warte! Hilfe! Kill! Was passiert hier? Wo ist denn Extreme? Der ist von unten! Nein, warte! Nein! Nein! Ich lebe noch! Ich will nicht sterben! Oh Gott! Oh Gott! Hilfe! Oha! Alter, ich falle immer weiter runter! Ah! Nein! Ich bin tot! Der Extreme ist tot! Ich lebe noch! Nein! Ich lebe noch! Mein Bein ist gebrochen! Ah, schnell Verbandkasten nehmen! Oh Gott! Oh, guck mal hier! Säcke! Drei Stück! Ja! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Alles ist gut! Alles ist gut! Alles ist gut! es ist nichts passiert ist alles so ich muss mir die überreste noch angucken kommen dann ich hab's überlebt oh mein gott ja weil du scheiß heilung eindrückst ich hab's überlebt echt du hast dich geheilt du dreckiger cheater was nein würde ich nicht tun ist ja nicht so dass wir jetzt schon rumfliegen und so aber nein der muss sich jetzt auch noch endlich heilen also ich steht überhaupt nicht und das sagt man hier der nöbel nach unten kommen auch nicht mehr ja aber das war duffel vier von seven days to die und wir uns haben keine zombies besiegt wir haben uns selber besiegt ja das muss man erst mal schaffen hier sieht es aus das schlachtfeld kommen wir treffen platz wir treffen uns kommen wir drei treffen uns noch hier auf den einzelnen stehenden turm ja vor allem der kitty kann da hoch ne und das ist ja warum bist du jetzt so nein ich habe keine munition mehr ich habe keine munition mehr ich habe gar nichts mehr es ist es ist ein bisschen ein bisschen familienfreundlicher hier sein richtig kill ja kill ja ist ja gar nicht unfair oder so wieso hat das spiel verlassen ja genug rum getrolle ich würde sagen das war es auch dann bei mir bei mir ist es ja die achte staffel 7 days to die am ende war es nur noch getrolle es war jetzt natürlich nur noch eine fangen folge wir hatten trotzdem alter wenn ich wieder guck mal und das brett ihr guckt jetzt mal an das schlachtfeld von hier oben ja krass also wir haben echt viel zeit investiert viel arbeit reingebaut reingebaut ekelhaften dreckigen erzähl doch weiter und es war auf jeden fall nicht einfach aber die ganzen ja wir sind halt zu dem entschluss gekommen mit den ganzen bugs und alles dass das so keinen sinn mehr macht das noch weiter zu führen und von daher wollten wir das jetzt dann halt beenden ihr könnt ja wie gesagt wenn überhaupt noch jemand zuguckt gerne in die kommentare schreiben ob es die richtige entscheidung ist wahr sein sollte und ob ihr bock drauf habt wenn wir ein mod spielen von samlays to die wenn ihr bock drauf habt gerne auch das noch mal kommentieren wir werden gucken wie wir es einrichten wir wollen es eigentlich ohne server machen aus dem einfachen grund weil leider hat sich das jetzt nicht so als vorteilhaft erwiesen ja 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 und mit und ich fliege ich fliege der runterfällt in unsere trümmer basis verabschiede ich mich hier aus dieser staffel aus dieser folge seven days to die vielen dank dass ihr dabei wart dass ihr uns begleitet haben wenn ihr die ganze staffel sehen wollt von kitty und sponty könnt ihr durch die links anklicken die in der beschreibung sind unten und gerne auch noch mal wenn ihr wollt die ganze staffel bei mir auch unten die playlist könnt ihr alles noch mal anschauen alle drei sichten alle drei emotionen wir bedanken uns fürs zu sehen fürs begleiten sind raus und sagen bis dahin tschüss warte 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 jaja ciao was